Wir haben gerade die Missionen fast abgeschlossen, wir sind wieder an unserem Zielort da. Vorsicht vorne sind die Steine. Jaja, aber... Da muss irgendwo ein Typ sein oder so, mit dem wir reden können. Eine sichere Stelle bei 170. Irgendwas muss man ja... Die Typing muss sehen. Da steht ein Zombie. Wow! Ja. Lol, ich bin aus dem Außer geschmissen worden. Die Fiecher, die Leute sind draußen. Ja. Oh, und der Ural ist voller Loot. Echt? Ja. Geil. Ich steck ein. Dann fahren wir schnell rüber. Alter Schwede. Warte mal, lass ihn einfach so. Ja, dann fahren wir doch rüber schnell. Aber wenn er weg ist? Warte mal. Nein, wir sollen zu dir ein Heli rüberfliegen. Ja, ich meine... Warte mal, ich steig mal rauf. Warte mal. Warte mal. So, jetzt. Ja. 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 Warum auch immer da ein Teddybass. Warum auch immer da ein Teddybass. Aber fahr nicht zu nahe den Rotoren. Sonst explodiert er. Ja. Also jetzt auch ungefähr hier. Stopp. Ja. Dann mal hier hin. So. Motor aus. Ausrüsten. Was hat denn da alles? Ja, und sind so interessante Sachen da. Eifen voll, Alter. Aber geil ist das. BBQ Fleisch. Was ist das denn? Barbecue Fleisch. Ach, Barbecue. Bar. Barbecue. Also die Magazine nehme ich. SVD Magazin gibt's. Beton. Siegel kann man mitnehmen. Ah na. Gut. Wie ist es? Diese M60. Äh, 4, ne? Habe ich übrigens bei der Absturzstelle gefunden gehabt. Ah, okay. Das kannst du ja nehmen oder keine Ahnung. Es gibt noch eine SVD. Ich packe gerade irgendwas. Alles ein, was wir mal nehmen könnten. Ja. Du packst einfach ein, lass mal. Du packst einfach ein, lass mal. Tue mal schrauben. Fuuuja. Ja, man. Hast recht. Hahaha. Ich tu alles in dein Heli mal rein. Kann man nachher. Kann man nachher. Ganz in Ruhe. An der Base. Ja, genau. Kann man ganz in Ruhe zerpflicken. Einfach mal alles rein. Oh, dass da Schrauben drin sind. Das habe ich natürlich nicht gewusst. Das war richtig gut. Jetzt habe ich erst ja auch gemerkt, wo du, ups. Wo du es gesagt hast. Ja, dann machen, äh. So. Das da rein. Das da rein. Das da rein. Das da rein. Ah, okay. Rotenschädel. So. Das ist AEK. Das braucht kein Schwein. SVD ist schon. Bandit braucht man nicht. Altes zahlen. Nimm ich mal mit. Oh, medizinische Handschuhe. Brauchte ich auch noch. Okay. Keine. Naja, eigentlich ist nichts mehr. Alles andere. Brauchen wir nicht. So. Mal kurz was zu futtern. Hier die E-Mail. So. Vier rote. Haben wir vier rote und zwei gelbe? Ich habe eine rote. Ich weiß es nicht. Müssen wir gucken. Hätte ich mir kurz den Ural lackiert. Oh, scheiße. Ich bin voll. Na, jetzt haben wir eigentlich nichts mehr drin, oder? Ne. Ist alles raus. Kommen wir ja rüberfliegen. Zu unserem Versteck. Müssen wir gucken, wo ich... Unser Versteck ist hier. Ups, oder falsch das? Vier rote. Was habe ich gesagt? Wollen wir zurückfliegen? Oder haben wir schon alles eingesammelt? Ja. Ja. Kommen wir. Kommen wir machen. Äh, wir fließen. Nicht das mehr. Ähm. Ah, genug Zeit. Noch Zeit mehr. Das sag ich. Äh, zack. Oh, Alter. Ich darf auf keinen Fall jetzt nach rechts noch schweifen. Boah. Hast du genug Platz? Reicht nach links. Ach so, kannst du jetzt nicht bleiben. Ach so, ja stimmt. Warte mal. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich kann mich mit dem gleich mit. Warte mal. Gleich mit mit. Äh, warte mal. Das war drüben. Dramat. Ich kann mich mit mir um zwei. Ich kann mich mit mir... Äh, mit mir! Aber die Säge. Da ist doch mal raus. Und wenn ich mir... Äh, mit mir. Okay. Echt dürt ihr schnell dann, Hegel.